Heißt das, die haben nicht genug Strom oder was? Glauben schon. Okay. Ja. Energy. So. Wollen wir mal gucken, ob wir da sind. Overdue. Upgrade. So. Schade, ich glaube, ich habe mir gerade viel zu viele Einheit gekauft. Egal. Ich würde ja gerne jetzt mal angreifen, aber ich würde die auch gerne da hinzufügen. Geht das nicht irgendwie, wenn man die hinzufügt da? Ey, jetzt geht's schon wieder auf den Fall mit raus. So. Oh. Wollen wir mal gucken, was haben wir hier noch? Ein Upgrade? Oh. Great. Kann man jetzt nicht irgendwie heilen hier auch? Muss doch auch irgendwie gehen, oder? Ja ja ja, ich habe irgendwie gerade nicht genug. Ach, das sind wieder die ganzen kaufbaren Sachen hier. Achso, er holt jetzt das Auto ab, oder was? Cool. Kann man das jetzt irgendwie auch mit anderen Dingen machen? Hier irgendwie... Rohstoffe holen? Wollte ich auch wohl noch Rohstoffe rumlegen? Hier haben wir doch noch. Korrekt. Also bringen die Autos dann irgendwas so, also... Das sieht da irgendwie so ein bisschen aus wie, äh... Weltuntergang, ne? Ich hab keine Ahnung, ob das ein Wettuntergang sein soll oder nicht. Wo der auch was mitnehmen? Man ich will auch, wobei Rohstoffe... Und kriegt man hier keinen Stahl raus oder so? Wenn man sich mal wobei holen kann. So Kruppstahl oder so. So weit. Ready? Yes, sir. Alright. Affirmative. Yes? On my way. Sir, yes, sir. Roger. Okay. Yes, sir. On my way. Roger. Und nicht wieder aus? Ah. Commander, reporting. Gut. Oh. So, sehr geil. Ach, und dann kann ich wahrscheinlich... die sind wahrscheinlich noch gar nicht zu Hause, oder? Nö. Ach, die musste ich erst nach Hause schicken. Ah. Das war das Problem. Jetzt sind zu Hause und jetzt kann ich auch... Open. So, und jetzt kann ich nämlich auch den... Kann ich nicht. Hey, sind die jetzt nicht schon wieder zu Hause? Ich habe da gerade einen, ich habe zu Hause gedrückt. Timelapse, die in die... Reinforfen, die in die... Reifte, was? Du bist... The players, you can see attack by... Aha. Ist die haben wir jetzt immer noch davor? Ja, ist immer noch. Wollen wir da mal? Ich versuche einfach nochmal, damit der was anzugreifen. Haben wir nur zum Spaß, weil ich nicht so kann. Ach, ich glaube, ich muss darauf. Ah, ich... Ah, jetzt geht's. Ich bin wieder zu blöd, ich habe wieder voll auf der Falsche aufgehoben. Okay, wie dann braucht das noch zu reparieren? Menschen kannst du gut reparieren, so kannst du so ran umschrauben. So Gelenke. Du kannst ja, ein Chirurg ist ja nichts anderes als ein Auto... Also ein Menschenmechaniker. Also ein Autobescheidiger für Menschen. Sozusagen. So. So. Saut ein bisschen, bis die Autos wieder heile sind. Und dann haben wir gleich wieder eine Armee. Und ich hoffe, dass er dann auch... Oh, geil. Entschuldigung, haben wir schon wieder das Mikro geatmet. Entschuldigung. So, dann haben wir die... Open... Managed... Hmm... Mh... World Map. Vernassen. So. So. Da Angriff halten. So. Da rauf und jetzt da Angriff. Boah. Das ist schon ein bisschen mehr. Attack. Mal gucken, ob wir das schaffen. Das war gestimmt, um zu bezweifeln jetzt einfach mal. Wo sind meine Einheiten überhaupt? Ich verstehe, ich hab irgendwo rausgelassen. Hä? Meine Einheiten? Einheiten? Hallo? Ah, jetzt kommen sie. Mit Panzern, scheiße. Ich glaub, sonst werden wir nicht schaffen, die machen. Ja genau, ich hab überhaupt nicht schlafen die Gegner. Das war knapp das Gefecht, würde ich fast sagen. Ups. Ja. Okay. Irgendwie bin ich doch noch ein bisschen zu schwach. Ich glaube... Was haben wir denn hier für ein eigentlich? Guck mal, die haben wir überall Gegner oder was? Okay. Wo haben wir denn jetzt unser Lager gewesen? Find Base. So, zack. Okay. Sehr schön. Ich werde jetzt aufhören, denke ich mal. War auch keine lange Session. Einfach mal ein bisschen rumprobiert. Vielleicht werde ich es weiterspielen, ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare, soll ich das Kackspiel weiterspielen? Oder soll ich mal anderes... Ähm... ...Mikro... Ähm... ...Facebook-Spiel spielen? Wie kommen wir auf Micros-Spiel? Aber ich glaube, es ist schon viel zu spät, weil ich hab auch wieder gemerkt, wie ich kaum geredet habe. Collect. Collect. Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen was machen. Vielleicht kann ich ja ein bisschen was auswählen. Start Repairs. Wie ist die? Kann man nicht alles wieder reparieren? Cool, man kann ja alle wiederherstellen, die ganzen Sachen, die zum Tod waren. Oder, naja, einige zumindest. Die Geräusche von ihm gefallen mir. Dün, 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 dün! So. Sir. Affirmative. Alright. Yes, Sir, 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 Sir. Doppelklick draufklicken. So. Direkt mit den kompletten Teilen. Zack. So. Weil er nicht so wirklich wie Strom fällt mir gerade auf. 18.000 Euro haben. Die brauchen wir runter. Wo wird das Eisen gespeichert, hier? Der noch ein Metal. Metall. So. Ich glaube, das lasst ihr jetzt mal heute. Das war's. Bisschen spontan irgendwas. Soll ich das ab und zu mal wieder machen? Irgendwie ganz spontan irgendwie Facebook aufnehmen? Oder soll ich es einfach sich nicht lassen? Sagt's mir. Okay. Macht's gut. Das waren etwa zwei, drei Folgen wahrscheinlich. Drei Folgen. 13 Minuten Folgen. Drei, zwölf Minuten Folgen. Oder so mache ich dann raus oder so. Okay. Macht's gut. Ciao.